hallo meine lieben freunde des geflicken kabelsalats und herzlich willkommen zum elften teil meiner tutorial serie wie geht eigentlich esp home nachdem wir jetzt schon diverse sensoren switches und automatisierungsmöglichkeiten unter esp home kennengelernt haben möchte ich mir im heutigen teil mit euch einmal den text sensor näher ansehen genau gesagt handelt es sich dabei um einen template text sensor also eine möglichkeit verschiedene status werte zustände oder ähnliches in textform als sensor an home assistant zu übermitteln ich glaube viel mehr gibt es zu dem sensor vorab auch gar nicht zu sagen insofern legen wir auch direkt los vorab nur die übliche bitte wenn euch meine videos zu esp home und home assistant gefallen würde ich mich riesig über den daumen hoch freuen hilft mir wirklich sehr vielen vielen dank dafür und wenn ihr mich aktiv unterstützen möchtet könnt ihr natürlich auch das tun und zwar mit der mitgliedschaft diese findet ihr auch unten direkt neben dem abo button da erkläre ich alles auch noch mal in einem kurzen video vielen vielen dank für jede art von eurem support und ich würde sagen wir legen direkt los mit dem video brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcb way bekommst du zehn zweilagige platinen für nur fünf dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcb es bietet pcb way auch flexible oder aluminium pcb wer nicht selber löten möchte kann pcb way auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcb way bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laserzuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melting kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcb way.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video im büro angekommen legen wir auch direkt los und zwar sind wir gerade bei mir im home assistant wechseln jetzt mal nach esp home und legen uns für heute erst mal unser neues gerät an nennen wir das ganze mal text sensor ich trage hier wieder meine temporären wlan daten ein überspringe hier die automatische bord auswahl und wähle wie immer den d1 mini manuell aus sage next und die konfiguration ist fertig jetzt finden wir hier unten unsere neue komponente den text sensor ich sage hier mal bearbeiten und trage hier als allererstes mal meine wlan secrets ein dann entfernen wir wie immer die kommentare und dann können wir eigentlich auch schon loslegen speicher das ganze mal und wir schauen uns als erstes mal in der esp home dokumentation den text sensor an gehen wir also auf die homepage esp home.io wechseln hier oben in das suchfeld und suchen einmal nach template text sensor wenn wir jetzt hier ein bisschen runterscrollen finden wir jetzt hier template text sensor und text sensor komponent springen wir also in den template text sensor und hier sehen wir es gibt eine integration text sensor das ist die allgemeine integration eines text sensors und wir möchten uns heute den typ platform template ansehen wir sehen wir haben hier wieder die üblichen attribute beim sensor und zwar als allererstes natürlich einmal die plattform dann vergeben wir dem sensor einen namen und hier für den rückgabewert da es sich ja um einen template sensor handelt haben wir hier das attribut lambda dieses attribut haben wir ja schon in teil 9 bei den template binary sensoren kennengelernt das ist hier letzten endes genau das gleiche nur dass wir hier jetzt eben nicht mehr ja oder nein also true oder false zurückgeben sondern eben einen freien text der uns hinterher als sensor wert in home assistant zur verfügung steht auch hier haben wir wieder ein update intervall der standard liegt bei 60 sekunden ja und das wichtigste wo man darauf achten muss das steht hier auch noch mal extra drunter unser text also unser wert vom typ string muss hier in geschweiften klammern zurückgegeben werden also genau in diesem format natürlich haben wir hier bei dem lambda attribut die möglichkeit sowohl if bedingungen als auch irgendwelche loops oder sonstigen logiken die uns eben zur verfügung stehen in templates zu nutzen zu lambdas generell gibt es hier oben auch noch mal eine dokumentation wenn ihr mehr dazu wissen möchtet könnt ihr euch das hier ja mal in ruhe ansehen heute beschränken wir uns auf jeden fall mal auf diesen sensor wenn wir jetzt hier mal noch ein bisschen weiter runter scrollen dann sehen wir waren das jetzt eigentlich auch schon so ziemlich alle attribute natürlich haben wir hier auch wieder die id denn wir brauchen im template ja auch gegebenenfalls die möglichkeit diesen sensor entsprechend anzusprechen das werden wir auf jeden fall heute auch wieder verwenden wie bei den sensoren den binary sensoren und den switches ist es natürlich beim template text sensor genauso dass er natürlich auch wieder alle optionen der integration text sensor zur verfügung hat der text sensor stellt uns zusätzlich zum namen hier jetzt noch ein icon zur verfügung das heißt wir können unserem sensor direkt ein icon festlegen es gibt den parameter internal also dass unser sensor uns nur innerhalb des esp home programms zur verfügung steht und eben nicht an home assistant übertragen werden soll dieser steht standardmäßig natürlich auf falls also in der regel werden unsere sensoren immer nach außen rausgereicht dann gibt es noch disabled bei default das ist eine der neueren funktionen die mit version 21.9 in home assistant eingeführt wurden und damit haben wir die möglichkeit diesen sensor als standardmäßig inaktiv zu markieren das heißt er wird zwar home assistant hinzugefügt aber standardmäßig ist er nicht aktiviert das heißt wir müssen dann erst über die entity liste unseren sensor aktivieren um anschließend auch den wert nutzen zu können dann sehen wir hier noch wenn mqtt enabled ist dann hätten wir auch noch alle optionen der mqtt komponente zur verfügung da möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen ich würde sagen wir legen direkt mal los wir schnappen uns jetzt mal hier das beispiel das kopiere ich jetzt einmal wechsel nach esp home und füge das ganze jetzt hier unten einmal ein wir haben jetzt also einen text sensor der uns einen text als status zurück liefert und zwar standardmäßig erst mal hello world unser sensor wert aktualisiert sich alle 60 sekunden aber dadurch dass wir hier standardmäßig immer nur return hello world zurückgeben wird sich dieser wert natürlich auch nie ändern heißt wir brauchen jetzt als allererstes mal irgendeinen wert von dem wir eben diesen rückgabewert abhängig machen können ich würde sagen dazu legen wir jetzt hier einfach mal einen switch an und zwar sagen wir jetzt hier mal plattform doppelpunkt gpio heißt wir möchten jetzt einfach mal einen unserer gpio pins schalten nehmen wir dafür mal den d2 als id geben wir dem switch jetzt mal den namen pin 2 einen namen müssen wir ebenfalls noch angeben nennen wir diesen switch jetzt einfach mal relais auch wenn keins dran hängt und damit sind wir eigentlich schon startklar und können unseren template text sensor jetzt vom d2 status abhängig machen noch mal kurz zur erinnerung dieser switch ist also einfach ein schalter den wir im home assistant einbinden können und über diesen schalter können wir also jetzt den zustand unseres gpio pins d2 an oder ausschalten und ich würde sagen wir fangen jetzt mal als erstes beispiel damit an dass unser text sensor uns den status von unserem d2 pin in textform zurück liefert dafür müssen wir jetzt hier wieder ein lambda schreiben das kennen wir ja schon aus unserem binary sensor und zwar benötigen wir jetzt hier als erstes eine bedingung eine bedingung schreiben wir immer mit if die eigentliche bedingung steht in normalen klammern und der auszuführende code kommt in geschweifte klammern das heißt das grundgerüst sieht dann erstmal so aus und wenn unsere bedingung zutrifft dann möchten wir hier unseren rückgabewert haben heißt jetzt fehlt uns nur noch die bedingung und als bedingung möchten wir jetzt prüfen wie gerade schon gesagt ob hier unser switch an oder ausgeschaltet ist das heißt wir benötigen die id von unserem switch also das pin 2 und schreiben jetzt hier wenn id von pin 2 state und mit diesem code prüfen wir ob der zustand von pin 2 an oder aus ist genauer gesagt liefert uns diese zeile id in klammern pin 2.state true zurück wenn der pin 2 an ist und false wenn der pin ausgeschaltet ist das heißt also jetzt würde es sich so verhalten dass wenn der pin 2 eingeschaltet ist uns hello world als status zurückgeliefert wird hier möchten wir jetzt aber eben nicht hello world lesen sondern wir schreiben jetzt hier einmal relay ist eingeschaltet so und jetzt fehlt nur noch der zustand dass das relay ausgeschaltet ist und das ist natürlich immer wenn diese bedingung nicht erfüllt ist also können wir jetzt hier einfach schreiben else geschweifte klammer auf dann kopiere ich mir nochmal hier diese zeile nach da unten und sage einfach ausgeschaltet anstatt eingeschaltet und fertig ist unser erster text sensor wir prüfen ist der status eingeschaltet dann geben wir auch den text zurück relay ist eingeschaltet und else also ansonsten geben wir den zustand relay ist ausgeschaltet zurück das update intervall setze ich jetzt hier mal auf zehn sekunden sage speichern und wir installieren mal das ganze die konfiguration wurde installiert wir sehen hier unten unser text sensor ist auch online schauen wir eben kurz ins lock um uns die ip adresse des geräts zu holen und hier oben sehen wir jetzt ip adresse unter 192.168.5.160 diese kopieren wir uns schließen das fenster gehen in die einstellungen integrationen und sagen jetzt hier integration hinzufügen suchen nach esp home fügen hier die ip adresse ein und sagen absenden wir könnten bereich auswählen ich lasse das jetzt ich sage fertig und hier ist unser text sensor ein gerät zwei entitäten als entitäten natürlich einmal unser relay und unser template text sensor gehen wir also nun in die übersicht auf den reiter test wechseln hier oben in den bearbeiten modus und sagen karte hinzufügen ich nehme wie immer einfach die elemente karte schmeiß hier unten die standard einträge raus sag jetzt hier als überschrift einmal text sensor und den suchen wir jetzt hier unten auch da haben wir ihn schon unseren template text sensor und was wir jetzt noch brauchen ist unser relay wir sagen mal speichern und jetzt sehen wir hier schon relay ist ausgeschaltet jetzt schalte ich das relay einmal ein und innerhalb der nächsten zehn sekunden denn wir haben zehn sekunden intervall sollte der sensor jetzt hier sagen relay ist eingeschaltet schalte ich jetzt das relay wieder aus sagt uns der sensor eben auch relay ist ausgeschaltet ja und so seht ihr habt ihr die möglichkeit schnell und einfach einen sensor in esp home zu erstellen der euch einen entsprechenden zustand in textform wiedergibt wenn euch das mit dem lambda aber vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist dann gibt es auch noch eine weitere möglichkeit diesen sensor hier mit werten zu versorgen damit wir die nachher auch sehen setze ich jetzt hier mal das update intervall auf 60 sekunden sage jetzt einfach erst schon mal speichern und dann legen wir auch direkt mit der zweiten variante los den text sensor müssen wir auch bei der zweiten variante anlegen hier könnt ihr aber einfach das lambda so lassen wie im beispiel also wir sagen jetzt hier mal return und dann in geschweiften klammern template semikolon am ende und damit wäre unser template sensor wie wir ihn für die variante 2 brauchen auch schon fertig heißt ihr kopiert einfach das beispiel rein gebt dem sensor gegebenenfalls namen wie er euch gefällt das einzige was wir jetzt hier noch brauchen ist eine id ich nenne unseren sensor jetzt hier mal template text und was ich jetzt vorhabe ist nicht der sensor soll jetzt auswerten welchen text er zurück gibt sondern wir geben ihm von außen vor welchen zustand unser text sensor jetzt haben soll dazu speichere ich das ganze noch mal eben kurz und wir wechseln noch mal auf die esp home homepage und zwar suchen wir jetzt hier mal nach switch wenn wir jetzt hier mal ein bisschen runterscrollen dann finden wir hier unseren gpio switch unser relais haben wir ja als gpio switch eingebunden und was uns jetzt interessiert sind die möglichen aktionen diese werden von der switch integration bereitgestellt also gehen wir jetzt mal hier auf switch und dann sehen wir hier unten switch on turn on und switch on turn off solche on unterstrich aktion haben wir ja schon in teil 10 kennengelernt verlinke ich euch auch noch mal oben in der infobox für alle die den teil mit automatisierungen nicht gesehen haben und genau um diese beiden aktionen auf switch on turn on und on turn off soll es jetzt in der zweiten variante gehen diese machen wir uns zunutze denn wir haben hierüber die möglichkeit in dem moment wo das relais ein oder ausgeschaltet wird eine zusätzliche bestimmte aktion auszuführen fangen wir mit on turn on an wir hängen uns jetzt hier also an das event wenn das relais eingeschaltet wird und sagen jetzt hier denn speicher zur sicherheit nochmal kurz und wir gehen nochmal auf die esp home homepage und holen uns noch mal unseren text sensor und wenn wir jetzt hier einmal weiter runter scrollen dann sehen wir hier liefert unser text sensor uns eine publish action das ist so gesehen ein dienst aufruf das heißt wir sagen unserem text sensor welchen zustand er nach außen veröffentlichen soll also welchen status wert wir auf unserem sensor in home assistant angezeigt bekommen soll und das geht hier mit diesem code beispiel das kopiere ich mir jetzt mal wechsel wieder nach esp home und füge dieses code beispiel hier ein jetzt müssen wir hier noch die einrückung korrigieren so wäre es bündig das heißt noch zwei leertasten weiter denn dieser aufruf ist ja dem wenn untergeordnet und jetzt müssen wir id und state entsprechend wieder auch noch einrücken und in diesem fall passt sogar schon die id template text und unser text sensor hat ja auch die id template text also passt das ganze schon das heißt mit diesen drei zeilen hier oder genauer gesagt mit diesen fünf zeilen sorgen wir jetzt dafür dass in dem moment wo das relais eingeschaltet wird dann wird unserem text sensor mit template publish ein neuer wert zugewiesen und zwar dem sensor mit der id template text und zwar als wert in dem fall noch hello world wir möchten jetzt hier aber wieder relais ist eingeschaltet lesen so und das gleiche brauchen wir jetzt natürlich auch wieder noch für den moment wo das relais abgeschaltet wird und da sagen wir jetzt hier on turn off und dann möchten wir natürlich den wert relais ist ausgeschaltet sehen wir sagen hier wieder speichern und dann installieren wir das ganze diesmal können wir wieder wirelessly wählen da wir das programm ja eben schon mal per kabel übertragen haben der upload vorgang war erfolgreich also können wir hier jetzt wieder stopp sagen wechsel noch mal in die übersicht gehen hier wieder auf den reiter test und nachdem unser sensor jetzt hier wieder verfügbar ist sehen wir jetzt hier unseren zustand template denn das war ja der wert den wir jetzt in unserem text sensor eingetragen hatten als rückgabewert wenn ich jetzt das relais einschalte sehen wir hier sofort und ohne verzögerung relais ist eingeschaltet das heißt mit dieser variante haben wir als vorteil dass wir eben nicht mehr auf das update intervall unseres text sensors angewiesen sind sondern der status ändert sich so fort denn in dem moment wo das relais geschaltet wird teilen wir dies auch direkt unserem sensor mit das gleiche auch bei ausgeschaltet ihr seht diese beiden sind jetzt absolut synchron der nachteil daran ist solange das relais nicht einmal geschaltet wird sehen wir hier immer den initialen zustand das heißt die beste variante ist wahrscheinlich eine kombination aus beidem heißt wenn wir jetzt hier wieder unseren alten code einfügen relais ist eingeschaltet und relais ist ausgeschaltet dann würde hier das lambda dafür sorgen dass auch initial der sensor schon den richtigen wert liefert mit dieser variante würden wir dann dafür sorgen dass entweder ein abweichender wert kurzzeitig gesetzt wird oder eben dass dieser wert unmittelbar nach änderung auch auf dem text sensor zu sehen ist und eben nicht erst nach ablauf unseres update intervalls welche variante jetzt zu bevorzugen ist und wie man das ganze einsetzt das hängt natürlich immer schwer vom anwendungsfall ab was man jetzt genau vorhat aber ich denke mit diesen beiden varianten sollte man so ziemlich alles erschlagen können was man mit text sensoren umsetzen möchte ja so viel erstmal zum text sensor in esp home ich hoffe ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich habe nichts vergessen wenn ihr noch irgendwelche fragen habt stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den kommentaren oder kommt gerne auch direkt bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox bei uns auf dem discord werden täglich viele interessante themen rund um home assistant arduino raspberry pi 3d druck und natürlich esp home diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen dort begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich wie immer hat euch das video gefallen wenn ja zeigt mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns direkt morgen im nächsten video wiedersehen würden da schauen wir uns einmal an wie man in esp home datum uhrzeit und den sonnenstand einbinden und verwenden kann bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten video ciao